Und zwar von einer attraktiven, tätowierten, ja, mit einem Zopf, grüner, ist das ein grüner Bikini, wie ich es sagen? Beschreibung passt. Ich hätte ganz gerne mal in diese Tasche reingekriegt. Hey, vorhin, bei dir! Warte, 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 Hände nach hinten, Hände nach hinten, Hände nach hinten, so, mein Freund, jetzt hier ist es frei, Alter in Ordnung, Digga? Ja, bis jetzt in Ordnung.